Willkommen in Eldenburg, Marina Eldenburg, Home of Charter Schulz. Mein aktuelles Bootoffice. Da darf ich wieder ein paar Videos für Sie machen. Wenn Sie jetzt auf diesen Kanal gekommen sind, ganz wichtig abonnieren, vielleicht auch noch die Glocke drücken, denn dann erfahren Sie immer wieder, wenn es ein neues Video gibt. Was gibt es hier alles so? Wir stellen Ihnen die Schiffe vor, wir zeigen sie Ihnen vielleicht so ein bisschen grob, dass Sie mal sehen, wie so ein Schiff von Ihnen aussieht, aber auch ausführliche Einweisungsvideos gibt, also dass Sie sich vielleicht schon mal vorher ein bisschen mit dem Schiff, was Sie vielleicht gemietet haben oder mieten wollen, beschäftigen können. Also da steht alles drin, wofür jeder Schalter da ist und dann guckt man sich das am besten an. Auch hier bei der Übernahme wird dann meist noch mal das Video gezeigt und dann können Sie ganz gezielt Fragen stellen, vielleicht auch schon zu Hause, wenn Sie sich angeschaut haben, ein bisschen aufschreiben, ein paar Notizen machen und dann hier ganz gezielt die Kolleginnen und Kollegen fragen, wenn es noch offene Fragen gibt.